Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Wenn die Gebrüder Renault noch hätten miterleben können, wie man sich in der M&B Automobile GmbH um ihre Fahrzeuge kümmert, wären sie mit Sicherheit begeistert. Geleitet wird das renommierte Autohaus mit Leidenschaft und Sachverstand von Dirk Bettarelli, der sich auf ein bestens ausgebildetes Team verlassen kann. Zu den Aufgaben zählen neben dem Verkauf von neuen Renault und Dacia PKW Elektro- und Nutzfahrzeugen auch umfassende Werkstattleistungen. Die Mechaniker führen sämtliche Reparaturen und Wartungen rasch und unkompliziert durch. Hier wird nicht gleich jedes schadhafte Teil getauscht, sondern wenn möglich in bester Handwerksmanier wieder instand gesetzt. Ein Spezialgebiet sind Autogasumrüstungen. Als Frontgaspartner für alle Fabrikate ist die Werkstatt eine der profiliertesten auf diesem Gebiet im gesamten Kreis Unna. M&B Automobile GmbH in Lünen – auch als verantwortungsvoller Ausbildungsbetrieb eine Klasse für sich.